Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown. Bei mir ist mal wieder die liebe Nadja, was du für Perks hast, unter anderem Tomahawk um Hammer zu schmeißen zu können. Ja, das weiß ich schon. Warte mal, ist denn da eben Raben hochgeflogen? Äh, ich hab nichts gesehen. Nee, gesehen hab ich auch nichts, aber gehört. Ja, gehört hab ich auch irgendwas, aber ich konnte es nicht zuordnen. Da vorne läuft doch was. Wo? Oder? Da ist ein Spieler, ja. Ich wollte grad sagen, das sieht doch nicht natürlich aus wie ein Monster. Nein, richtig. Jetzt war jetzt eher mal schnell in die Richtung geschossen, dass sie nicht auf uns schießen. Die kommen her. Ja? Echt? Wo? Ich hab Schritte gehört. Boah, ich krieg schon wieder ne Krise, ehrlich. Entspann dich. Es ist Nebel und Nacht. Ich hab meine Snapper dabei. Das ist immer so unfair. Immer wenn ich sie mitnehme. Ach fuck, das war ein Zombie. Da war aber ein Spieler. Ja, ja, ja. Ich hab ja auf ihn geschossen. Deine Scharfschützen-Skills werden jetzt super. Sehr her. Nee, dass du halt wenigstens mal gucken kannst, wo die sind. Ach so. Ich dachte, die werden super, nicht die wären super. Nee, die wären jetzt super. Ach so, ja. Also sind super. Also, du weißt ja schon. Ja, ich hab gedacht, sie werden jetzt... Ja, und im Norden wird nämlich auch geschossen. Ja? Da sind Raben hochgeflogen. Dann sind da doch... Okay. Und da die meinen Schuss wahrscheinlich gehört haben, kommen die vielleicht auch hierher. Das ist ja lustig. Aber wo sind die jetzt? Sind die in dem Haus drinnen? Ich weiß es nicht. Ich hab grad mal geguckt, aber an dem Fenster hab ich jetzt nicht direkt jemanden gesehen. Da ist ein Zombie. Aber da wird geschossen. Ja. Oh ja. Oh. Äh... Das ist eine Chaosbombe. Das ist eine Chaosbombe. Das... Ja, aber ich geh... Lass dich da nicht verarschen. Nein, nein, aber ich schleiche mal so in die Richtung, weil ich kann sowieso nicht nah rangehen. Das bringt jetzt nix, also. Ich hasse Nacht! Hatten wir das Thema nicht gerade schon? So. Ja, Nacht ist schon ein bisschen blöd mit Sniper und... allem. Aber wer in der Nacht spielen kann, kann auch am Tag spielen. Das stimmt. Voll die Weisheit. Da sind wir eben nochmal rumgeschlichen. Der hockt ja irgendwo im Wald und wartet auf uns. Du meinst da, wo ich gerade rumschleiche? Die waren eben noch ein Stück weit da vorne, aber die können sich ja mittlerweile auch bewegt haben. Hm. Ich bin jetzt voll im Tarnmodus. Das ist so ein Dicker. Jawohl. Da ist so ein Dicker. Also aus Norden kommen irgendwelche Schüsse. Ja. Aber aus Osten theoretisch auch. Wo ich hast Schlitte? Ja, hier, 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 hier bei mir. Die gehen in Richtung Compound. Ja, die sind, die sind drauf. Kannst du mal irgendwie pingen? Warte, 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 warte. Komm, bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen, Mensch. Einer down. Ach, da oben. Ja. Du hast getroffen, gell? Ja. Das sind noch zwei. Ja, genau, 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 genau. Genau. Da wurden gerade zwei aber auch erschossen. Also da haben wir welche gegeneinander gekämpft. Da sind wir oben aufgeflogen. Aus Nordwesten. Links von dir. Oh Gott. Also den einen hatte ich auch getroffen. Das war, äh, diese, diese dunkelhäutige in dem Kittel, weißt du? Mit dem kurzen Schnitt. Ja. Einer müsste aber down sein, theoretisch. Ja. Da oben müssten eigentlich sogar zwei liegen, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Also. Hast du den einen getötet oder nur getroffen? Nein, nur getroffen. Aber der hat noch gegen jemanden geschossen. Der dann... Ich hab nur einen sterben hören. Ach so, das dann, okay. Also der, den ich geholt hab, quasi. Hm. Ich fackel den ab. Mach das. Oh, ich hab 500 Dollar gelootet. Oh, Alter. Wie machst du das immer? Äh, ich geh zum Halt. Ich geh zum Hunter und drück den Loot-Knopf. Warte. Hier bei mir sind eben gerade... Waren die nicht gerade voll die Schritte? Äh. Ja, da ist noch einer. Hab ihn. Sehr, sehr schön. Wie hat die ausgesehen? Das war die mit dem Kittel. Das war die. Die hellbrauen Kittel? Mit dem weißen, die liegt jetzt hier vorne. Äh, die ist außenrum geschlichen. Ah, okay. Dann ist es dem sein Maid. Das ist wahrscheinlich, ja. Ja, ich hab's ja beide Rennen sehen. Mhm. Sehr, sehr schön. Genau. Da sind noch Schritte. Das bin ich. Nein, das war's nicht, du. Das geht noch weiter. Ach, das könnte aber auch ein Zombie sein, oder? Ja, das ist ein Zombie. Sehr gut. Gut. Schon dann mal den Clou. Ja, mach mal. Sehr schön, wie das hier funktioniert. So, dann können wir weitergehen. Äh, wir können den Typ da oben löschen. Dann kannst du den auch noch looten. Hier ist noch ein Constable, falls du eins brauchst. Nö. Oder, äh, doch. Hast du auch 500 Dollar gekriegt? Nein, 75. Falls du, ähm, Munition siehst, auch immer in der Debatte. Sag ich Bescheid, klar. Ich werde übrigens auch mal auf die Karte gucken. Nix von uns. Aber lass es die andere, das andere Gebiet, das ist die in den Forten. Das war näher, das war näher. Das war näher? Der zweite Schuss. Das war am Fort, oder nicht? Ja, der A4 ist ja an das Gebiet, du hast recht. Oh, ich habe ja gar keine Aufdauer. So, wo ist denn der Clou? Ach, hier ist ja noch gar keiner. Ich mach mal ausdauervoll, dann kannst du wieder losrennen. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum die eben so... Hab ich das eben schon mal gesagt, oder hab ich das nur gedacht? Nein, du hast nur gedacht. Ich hab noch nichts... Warum die so unvorsichtig waren, wenn wir doch schon auf die geschossen haben. Außer, das war ein anderes Team. Weil ich könnte irgendwie schwören, dass die, die wir als erstes gesehen haben, Da war einer mit einem weißen Hemd dabei. Ja, genau, ne? Das war keiner von denen. Ich weiß nicht, nee, nee. Die, die wir da als erstes rumschleichen gesehen haben. Nee, das war keiner von denen, glaube ich. Das war eine andere, ne? Aber gesehen haben wir sie trotzdem. Ist stimmt. Also kann es sein, dass wir es noch von hinten kommt. Ja. Halt mal deine Schmerzen. Also das Pferd, ne du? Naja. Consumable? Ja, ich hab noch. Ähm. Warte, ich mach mal kurz Feuer. Wurde du denn klug? Ja. Oh, der Boss ist hier. Echt? Mhm. Dann geh ich mir doch direkt mal... Irgendwas zum Draufprügeln suchen. Mhm. Da kommen Spiele aus dem Wasser. Wo? Auf der anderen Seite vom Gebäude. Vom Gefängnis aus quasi. Himmelsrichtung? Ost, Nordost, sowas. Oh ja. Die kämpfen noch gerade, ne? Ja. Ich hab nur das Gefühl, das ist direkt vor mir. Ich bin ja draußen. Heh, heh. Ja, ist auch rot. Wir gehen auf der anderen Seite hoch. Die Leiter. In dem Gebäude hier, oder? Äh, also von uns aus gesehen auf der gegenüberliegenden Seite vom Gebäude. Ich mag diese unwissende Position überhaupt nicht. Wir gehen auf, bis мы wundern. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hm. Seiner klopft direkt über mir. Okay. Der hat dich wohl gesehen. Oder? Da, warte, ich sehe einen. Warte, warte, warte. Warte. Ähm. Alles gut? Ich habe die Füße durch den Boden gesehen. Hast du den jetzt umgebracht? Nein, nein, nein. Ich habe nur zweimal getroffen. Mit den ganzen Schüssen hast du zweimal getroffen? Ja, ich habe mir den ganzen Typ gesehen. Dann ist er losgerannt. Achso. Ich habe auf Glück hinterher geschossen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er gestorben, ja. Oh, der wird so hart kotzen. Hast du Molly dabei? Oh Gott, Zombie, Alter. Das kam jetzt gerade unerwartet, dass er auf einmal neben mir stand. Da wirft einer was. Das war's nicht du, oder? Nein, nein, nein. Noch einer down? Oder ist es der? Ist es der? Wurde der schon wieder aufgestellt? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Ich sehe dich nur durch die... Ne, da liegen beide. Hier liegen beide. Das sind zwei. Boah, die werden so hart kotzen. Zumindest der eine. Weil du ihn durch die Wand erschossen hast. Durch den Boden. Ich habe genau unten drunter gehockt. Ich habe die... ... die Schuhe gesehen. Warte, dann nehme ich mal die Lebellen mit. Ja, das ist ätzend, ja. Ja, wo liegt der andere? Ach, hier vorne. So, warte mal kurz. Jetzt muss ich mal Munition aufhüllen. Ja. Ich brauche auch immer noch Lebellen-Munition. Ich habe doch eben irgendwo einen Hammer gesehen. Hier. Ich frage... Hier ist eine Muni-Kiste. Okay. Ja, hier drinnen auch. Aber ich weiß nicht, ob ich die verschwenden will. Ach, stimmt. Ich kann den Hammer ja werfen. Hast ihn halt nicht mehr in der Hand, ne? Ich kann den auch abwerfen. Wo ist mein Hammer? Mir wurde ein Balken weggebrannt. Irgendwie ist mein Hammer in der Versenkung verschwunden. Ja, da liegt jetzt irgendwo rum. Ja, toll. Ich gehe mich kurz heilen, das ist mir ein bisschen zu heiß. Zu heiß, verstehst du? Wir sind halt wieder so witzig. Ja, das ist der Hammer, ne? Der Hammer. Ja. So wie mein Hammer. Aha. Ach, hier liegt der. Ach, Mensch. Ist ja praktisch. Der ist wie ein Schlummi zurückgeflogen. Finde ich gut. Hier ist auch nochmal Munition. Oh. Das war voll daneben. Bist du? Ich war mit Schallen. Ich komme jetzt wieder. Nein, nein. Ich meine... Ach, der Boss. Mhm. So, nach mir wird wieder weggetragen. Hier ist er doch. Jetzt einfach wegbrennen. Aua. Ey, das war nicht mehr im Gebäude. Ja, der hat einen langen Arm, der Gute. Ja, der hat wirklich einen langen Arm. Hier ist auch eine Axt, wenn dir das lieber ist. Mhm. Boah, kannst du den mal schnell töten? Noch ein, zwei Treffer. Ja, ich muss mich selber gerade mal heilen. Also, ich meine, haben wir wieder fallen gelassen. Hier liegt einer. Ja, nee, ich habe schon wieder meinen Arm gehoben. Das Problem ist, der ist nicht nur wieder... Er ist tot. Er ist tot. Boah, bitte direkt verbannen. Kommst du dran? Ich müsste durch Feuer. Perfekt. So, wir haben zwei Teams ausgeschaltet. Ja, ein Team ist beim... Schlechter? Aber in uns... Nee, beim Assassin. Komm in unsere Richtung, glaube ich. Glaubst du? Naja, die müssen ja trotzdem am Ausgang. Und dann könnten sie theoretisch bei uns vorbeilaufen und noch mitnehmen. Wenn sie schaffen. Vorbeibringen, meinst du? Vorbeibringen? Die nehmen gar nichts mit. Da waren Hunde. Hat Wurf gemacht. Und nur einmal. Okay. Ah, die kommen her. Ich würde gerne hier kommen. Lass den, lass den, lass den. Da können die von da aus nicht reinkommen. Okay, jetzt müssen wir ihn töten. Jetzt schlägt er die Tür ein. Er kommt zu dir. Warte, ich habe eine Laterne hier. Achtung. Au, 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 au. Sorry. Ich habe Achtung gesagt. Ja, dafür hast du mir jetzt einen Balken weggebrannt. Was, echt? Ja. Die Laterne hätte dich nicht getroffen, theoretisch. Das war der Typ, der zu nah an dir stand. Hm. Weil der angefangen hat zu brennen. Aber der hat jetzt auch noch eine Tür eingeschlagen. Ach, ich fühle mich hier drin irgendwie nicht so sicher. Nee, nicht wirklich. Aber die sind doch gleich da. Mhm. Mhm. Die schießen schon. Irgendwas Schallgedämpftes haben sie. Hm. Aber ich überlege, ob ich hier rausgehe aus dem Gebäude. Wenn die irgendwas haben, dann eine Schrotflinte oder sowas. Na, wir heben jetzt erstmal auf. Würde ich auch sagen. Du hast geguckt, oder? Nein. Aber wir wissen ja, dass sie da sind. Das stimmt. Oh, hier ist ein Fenster. Na, mein Problem ist, ich würde halt lieber irgendwo hin, von wo aus ich snipern kann. Ja, ich weiß. Aber jetzt sind sie so nah, wenn du hinten das Drehtor aufmachst. Du kannst hier, hier das Fenster rausnehmen, hinten die Leiter runter. Die laufen unten durch den Schlamm. Ja. Ich glaube, ein bisschen schämenhaft vorbeilaufen sehen. Warte, ich guck mal. Wir sind beide auf diesem Hof da vorne. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hinten raus. Bis bei mir? Gut, die sind auf der anderen Seite, auf der anderen Seite von dem Gebäude hier. Dieses scheiß Leuchtfackel-Dinger, ne? Versuch aber mal ein bisschen in der Deckung zu bleiben. Du stehst wieder ziemlich offen. Die sind, ähm, die sind... Ja, wo sind die denn? Auf diesem, diesem kleinen Podest da im Hof. Also, was kein richtiges Gebäude ist, sondern dieser überdachte Bereich. Werfen wir es, oder? Ja, ja, zu mir. Das ist nicht wirklich, wie es ist, liverwachen, nicht. Was? ja theoretisch wissen die ja wo ich bin also die gucken halt nicht die ganze zeit auf die karte wir haben aber auch die sicht ein hatten hit wenn du hier zu mir kommst kannst du den auf dem dach wegsnipern ja ich bin sofort bei dir wo ist der denn auf dem dach muss man irgendwie da vorne da wo die schornsteine sind da ist der auf dem dach da ja da geht gerade rein ja alles klar ja mich mit einer schwarze dämpfer geholt so warte warte das war daneben ich seh nix wahrscheinlich auch ja ich muss mich jetzt aber erst mal heilen weil die spark swan hittet mich ja ja die strophe von mir aufgenommen das heißt er kann ich wieder hat auch gemacht ich hab mich überrascht ja bin ich noch gar nicht ich bin du ich bin ja ich bin du 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 Okay. Ich seh ihn nicht. Ich hab er auch nicht. Oh, sehr nice. Oh, sehr cool. Nein, ich hab ihn gerade noch gesehen. Ich hab ihn gerade noch gesehen. Schade, 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 schade. Ach nein, oh Mann, oh Gott. Oh, wie geil war das, oh Mann. Das war schade, ja. Ich hatte auch schon einen weggebrannten Balken. Trotzdem würde ich sagen, das war eigentlich eine ziemlich gute Runde. Ja, war es auch. So vom Großen und Ganzen aus gesehen betrachtet. Ja, definitiv. Ach, Mann, wie ärgerlich. Das ist so schade. Sieben Hunter. Den einen hast du doch, glaube ich, dreimal erschossen. Den einen eben zweimal. Also allein vom letzten Team habe ich jetzt drei Kills gekriegt. Ja, ich wollte gerade sagen, den hast du auch irgendwie dreimal oder so erschossen gefühlt. Naja, gut, kann man nichts machen. Ja. War aber trotzdem eine coole Runde. Das stimmt. Ja, ich hoffe, ihr seht es genauso. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Hunt Showdown. Haut rein. Bis dann. Ciao.